Ich bin seit Ewigkeit mal wieder live gezogen, gleich ein bisschen Valorant. Wie saß du eigentlich, solange keine Videos mehr hochgeladen? Wollt ihr meine Meinung hören zu Bibi Julienko gedöhnt? Mann, ich hab ein iPad bekommen. Ich hate Sage. Weil du der Beste bist. Das Richtige. Wie gewinnt ihr das? Für Fortnite. Boah, ich hab so ewig kein Ding jetzt mehr gespielt. Kein Valorant mehr. Ich kriege sowas von auf die Schnauze. Boah, ich bin gerade gar nicht im Game drin. Was soll das machen? Ich muss mal wach werden, Alter. Leise, leise, leise. Ey, wir haben ein Problemchen. Wir müssen spiken. Ja, ja, ich hab auch nur zwei. Ja, das Ding ist leider durch. Da ist oben einer im Haus. Ja, ja, ja. Digga, wie Vi-Split. 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 Oh ja, Digga. Ich bin voll wach im Game. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Alter. Ey, ich hab ihn gesehen und ich wusste, das war mein Ende. Alter, ich hab... Please in Englisch. Okay, Marin Loveridge, now we speak English for you, my friend. Okay. Hätt ich das gesagt, okay? Rauch ist raus. Jo. Rauch ist raus. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Da steht auf einmal Rainer vor meiner Nase. Tu doch, mach doch nicht sowas mit mir. Ist doch Schwachsinn. W-Wayner? Icebiss, der Beste. Er ist Plane. Window ist einer, Viper kommt aus dem Spawn. Hoi, poin, moin, das hohen Tunny. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, ich glaub, der trinkt zu viel. Ach, Mann. Ey, die schießt einfach rein, ohne mich zu sehen. Was denn das für eine Scheiße. Warum hat eigentlich immer der Breach den Spike? Der Typ hat noch nichts gerissen mit dem Ding. Ich nehm das hier gleich mal wieder in die Hand. Bei mir. Ich guck wieder zu viel in den Chat. Ich muss mich mal wieder mehr auf die Runde konzentrieren. Das kann ja hier sonst nichts geben. Plan, 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 mein bester Plan. Warum haben wir eigentlich so massiv inkompetente Teammates? 130 auf Fade. 130 auf Fade. Komm, renn wir da raus, Rainer. Dann mach ich dich weg. Hm. Ich glaub, wir sollten mal mit auf A gehen. Ja, aber ich hab keinen Bock auf A. Arschkacke. Hier ist irgendwo einer. Ja, hier hinter rechts. Wetten? Nee. Rechts in der Ecke hier? Oh ja. Ich glaub, oben im Fenster ist auch einer. Rechts in die Ecke direkt. Der putzt. Der ist one shot, der ist one shot. Der hat zwei HP. Zwei. Och Mann. Digga, sie gibt mir direkt einen Headshot, die Sage. Leck mich am. Ja, sie hat nur gewonnen. Stark. Hey, die redet sogar mit einem, die Knarre. Welche Knarre redet mit dir? Die MP von dem. Einer flängt über C. Nice. Hielt ich. Links in B hat einer eine Op. Ja, ich weiß. Äh. Willkommen in meiner Welt. Ui, die hat er so. Nee, ich spiel jetzt gerade lieber die MP mal. Digga, die MP redet. Welche MP? Die, der da hat? Ja. Hallo. Wie, die redet mit dir. Ja. Die sagt irgendwas so. Nice Cork. Nice Cork. Der letzte wird happen kommen. Der hat nur auf. Wenn der jetzt rechts kommt. Nee, der hat nur auf. Der wird nicht mehr. Ja, ich spiel doch safe. Links neben mir. Der hat nur auf. Ja, Digga, ey, guckt ihn an. Einiger Ulti. Du hast deinen Ulti. Nicht vergessen. Ja, die andere auch. Einer push. Ich hab links. Du musst mitgehen. Du hast die Bombe. Ach so, ich hab die Bombe. Ja, nee. Wir faken. Komm. Okay. Leise. Okay. Okay. Der Typ hört sich auch mehr Deutsch an als jeder. Andere hier in der Runde. Und er ist auch um keine. Was hängst du jetzt eigentlich da hinten, Maurice? Willst du mal vielleicht in zwei? Ich werde die Bombe von da abeimt anziehen. Hier kommt einer bei euch. Wie soll? Bei mir ist auch noch einer. Aber ich helfe dir. Mann, die hat mich gesehen. Aber es ist halt das mit Motorrädern, ne? Da kannst du, du weißt, du hast, da bist du immer der Leitfragger. Das stimmt, ja. Wenn du da halt hin... Machst du noch TikTok? Ja, mach ich. Ist halt ehrlich, wenn du da immer in so eine Kollision kommst, Digga, dann ziehst du halt leider in Kürzungen. Das ist übel. Ey, ich weiß ja auch gerade nicht, was ich genau machen soll. Irgendwie ist hier alles so ziemlich los. Ich würde gerne mal hier über Garage gehen, aber irgendwie... Mann, hör... Ah, Mann, hör doppelt. Scheiße, muss ich gleich mal umstellen. Ja, mach ich gleich. Auch gut, dass es eigentlich 10 Minuten einer sagt. Probiert B. Maybe. Digga, warum redet der denn halb Deutsch, halb Englisch, wenn alle Deutsch sind? Oh, kommt da wer. Wieso hat jetzt Shadogs den Kill dafür bekommen, wenn ich den gekillt hab? Kommt da wer? Ne, ne, ich wollte nur die Waffe. Wo bett mich? Link ist irgendwie. Ah, ja. Was ist das? Nice. 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 Macher. Ja, das sieht echt super aus. Olé. 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 Freunde, wenn ihr auf dem Video noch keinen Like dagelassen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Jo, wenn nicht, dann habt ihr mindestens sieben Tage lang Pech. Ansonsten, ähm, würde ich mich natürlich über ein Abonnement auf meinem Kanal gar nicht freuen. Deswegen überleg erst gar nicht zu abonnieren, du kleiner Huhn. Ich mach natürlich gut. Lass dein Abo da. He, danke. Okay, tschüss. murder. Baby. 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 Finders. Baby. '